hm P Uuu uh nachvoll hatte nicht viel geholfen verkehrt über Ach komm. Zack. Oh, das sind aber viele hier. Ah! Nein, geh drauf. Du auch. Komm. Drauf gehen. Einfach sterben. Hier, alle. Bläh. Gott widerlich. Egal. Du lebst ja noch. Jetzt nicht mehr. Und die stinken sich hier allein zusammen. Bah. Sag ich dazu nur. Bah. Schau mal hier. Lockpicking. Lockpicking kann ich nicht. Schade. Ähm. Ja. Ne? Wo ist denn hier? Wo ist denn hier das Warehouse? Wo ist denn hier hin? Dieses hier? Warum sagt der Get Ready? Klingt so, als würde jetzt hier richtig was abgehen. Wo muss ich überhaupt hin? Ach, da unten. Das ist alles erreichbar durch das Warehouse hin. Ja. Schön. So, erstmal einen Trinken. Gluck, gluck. Wo sind denn hier mal viele hier? Ja, komm. Nee. Geht alle irgendwie mal. Ganz, ganz gepflegt sterben könnt ihr mal alle. Ah. Nein. Nein. Ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Ist nicht gut. Halt, komm zurück. Da hinten lag noch irgendwo ein Snack rum. Ah. Nom, nom, nom. Schon ein Messer, so. Lebt denn? Nein, es lebt keiner mehr. Das ist schon mal gut. Energy Drink. Den kann ich doch gut gebrauchen. Sehr gut. Sieht doch um Lebensenergie. Das ist doch mal. Ich höre was. Guck mal, hier sind Zellen. Zack. Erwischt. Okay. Du solltest jetzt das Haus sehen können. Hey, ja. Huh. Flup. Flup. Tja, ne? Ähm, ja. Moment. Oh. Oh, oh. Äh, wenn ich die so ein bisschen umkreise, dann geht das. Das ist ja schön. Okay, er hat offensichtlich die anderen umgebracht hier. Hat er ja gut gemacht, grundsätzlich. Hüpf, nicht? Doch, hüpf. Geht doch. Den hat er nicht umgebracht. Der mag vielleicht die Dicken auch nicht. Die sind ja auch richtig widerlich. Kann ich irgendwo verstehen. Der wollte wohl raus. Hm. Waaah. Ist ja tief. Muss man ja aufpassen. So, ich sollte das Warehouse sehen. Die ist ja, das ist ja richtig groß hier. Richtig großes? Ich höre welche. Da vorne ist einer. Oh, es sind sogar, es ist sogar so einer. Warte mal. Irgendwie hilft das nicht so richtig. Nein, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Nein, geht alle, beide, äh, weg. Hilfe, fuck. Ha. Erwischt. Ei, ei, ei. Nein, nein, ich will nicht. Es ist nicht nur, es ist nicht nur, es hätte es fast geschafft, Freund. So ein bisschen aufpassen. So. Jetzt aber. Ich höre immer noch welche. Ich glaube, ich gehe erstmal einmal hier so rundherum. Schauen. Vielleicht gibt es hier noch was. Zumute. Nur Lebensenergie. Ich sollte nicht. Da drin ist irgendwas Großes. Vielleicht gibt es hier eine neue Art von Zombies. Oder ist es mal wieder so eine Ram? Ich hatte schon ewig, ich habe schon ewig keine Rams mehr gesehen. Ich höre. Irgendwie auch so infected oder sowas. Defective Revolver. Gott, sind die schlechte, will ich gar nicht haben. Es klingt ein bisschen, als wäre da eine Ram drin. Naja, nehmen wir erstmal. Hey ja, auf da drum zu meckern hier die ganze Zeit. Gehe jetzt hier rein, dann mache ich Fury an und werde die alle voll einen aufs Maul kriegen, Freunde. Woom, nicht? Äh. Ach, ist ja nur die eine Ram hier. So langweilig. Na komm, komm. Nicht? Ja, doch. So. Ja, was ist denn jetzt? Ja, komm. Zack. Ewischt. Du hast ja überhaupt nichts drauf. Könnte ich auch aufmachen. Welche von hinten reinkommt, der hat hier alles ungemäht. Okay, jetzt muss ich hier irgendwie, was muss ich, was brauche ich? Ach, ich muss da noch in den Nebenraum. Ne, dann mache ich erstmal den Raum hier leer. Guck mal, ein Recording. Ist doch schon mal gut. Guck mal, ein Recording. Warum redet er denn nicht weiter? Ich bin doch nur gerade am Reparieren. Das sollte ihm doch eigentlich überhaupt nichts ausmachen. Na gut, ist ja auch... Moment, die kann ich jetzt mal pimpen. Die ist doch super. Die möchte ich auf jeden Fall behalten. Die werde ich jetzt direkt pimpen. Ich habe eh viel Geld. Jetzt gar nicht mehr. So, und ich wollte gucken, was ist eine Bloody Mary Mod? Considering die circumstances we found ourselves in, we have to cope with whatever we can. Thus, I decided to devise the most effective weapon I could make from the parts I had handy. The result of my efforts is a metal club wrapped into a barbed wire and a couple other gadgets so thoughtfully that every poor bastard that finds himself on the business end of it is literally pissing blood. Ich glaube, dass seine Kugel gebrochen ist. Warte, warte. Geil. Geil. Hehehehe. Gott ist so groß. Hehehehe. So. Bok. Jesus Christ. Es ist infektiv. Es ist das Tier, das wir hatten. Es sollte da sein. Warum ist es da? Oh! Achso, das war in dem Recording. Irgend so ein komisches Tier. Bok. Bok. Geh in den Generator. Geh. Down the hill. Achso. Jetzt stehen die alle auf. Hehehe. Zack. Zack. Noch mehr? Nicht? Schade. Och Mann. Ich hatte mich gefreut. Dann nicht. Der Generator. Down the hill. Moment. Da. Wo muss ich... Da muss ich da... Wo muss ich denn da rum? Bin ich hier richtig? Muss ich hier lang? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Da geht's hoch. Oh, ich habe meine Taschenlampe noch an. Ah, hier. Okay. Ich habe wieder meinen Fury verwendet. Das ist... äh, verschwendet. Das ist irgendwie traurig. Aber gut. Was will man machen? Ich erwarte hier gerade irgendwie noch eine neue Art von Zombie. Nachdem die hier gerade alle so... Was ist denn mit denen los? Welches ist jetzt der Generator? Muss ich jetzt noch hier weiter runter oder nicht? Pock. 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 Irgendwie prockt es nicht. Das ist... uh. Das war kein Pock, aber es war trotzdem awesome. So. Also ich erwarte jetzt irgendwie hier noch so'n... so'n... zombifizierten Bären oder sowas. Nachdem der gerade irgendwas von einem Tier gesagt hat. Einem großen Tier, das sie angefahren haben. Und das dann wieder aufgestanden ist, weil es infektet war. In dem Recording. Da erwarte ich jetzt irgendwie auch so'n bisschen was. Aber... Shit. Wobei ich gar nicht weiß, ob ich das so toll fände. Das würde nur heißen, es kommt wieder ein... ein Boss-mäßiges Viech, das mich irgendwie... erschrecken und töten will. Am schlimmsten ist ja irgendwo das Erschrecken eigentlich. Ja, komm, Maul. Du auch. Ihr alle. Könnten mich alle mal. Lebt keiner mehr? Nein. Sehr gut. Da, 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 da. Das ist ja komisch'n Ureinwohner hier. Hm. Und ist hier drin natürlich gleich wieder... Ich... Ich seh' jetzt schon gleich so'n Suicider hier stehen. Das wär' so scheiße. Ich mach' mal die Tür zu. Hallo, Suicider. Hallo. Da stand gerade unten irgendwas. Ich futter' erstmal was. Nom nom nom. Gluck gluck gluck. Gluck gluck nom. So. Zack, was haben wir da? Einen Baseball-Schläger. Eine... Eine Tesla-Mod. Langsam krieg' ich auch echt hier alles hinterhergeschmissen. Okay, da muss ich gleich die Fuse einbauen. Alles ist sinnvoll. Alles ist sinnvoll. Und wenn nicht. Ja? Hm. Na toll. Na super. Kann ich hier durch? Offenbar nicht. Ich höre was. Ah, ich glaub' die kommen eh nicht durch die Türen durch. Das ist schon mal gut. Moment. Jetzt möchte ich... Zumindest gerade was haben wir da? Das ist... Ach so. Ne. Das ist ja alles gar nicht das, was ich haben wollte. Was... Was hab' ich denn gerade noch gefunden? Jetzt hab' ich schon wieder vergessen, was ich gefunden hab. Erstmal... Bodyly Harm. Einen Tonnenpfahl brauch' ich dafür. Okay. Was ist ein Tesla? Und das geht nur mit großen Waffen. Große Waffen benutze ich sowieso nicht, weil ich keine großen Waffen mag. Also... Das ist ja auch alles völlig wurscht so. Und hier ist jetzt... Geht jetzt der Funk, ja? Habe ich das richtig verstanden? Ne, jetzt kommt auch. Immer mit der Ruhe hier. Bock, Bock. So. Miet. Ja. Nee. Stay down. Eine Axt. Guck mal, die nehm' ich zumindest mal mit für später. Stufe 33 ist ja vielleicht nicht schlecht. So. Ich könnte jetzt einfach laufen. Ich mein' der hat gesagt, ich soll laufen. Aber ich hab' so wenig Ausdauer. Ich kann hier einfach den kompletten Weg zurücklaufen. Das sind alles diese hässlichen Infekte, diese schnellen. Das ist nicht schön. Das gefällt mir eh nicht. Die sind wahrscheinlich sowieso schneller als ich. Also selbst wenn ich laufe, komm' ich wahrscheinlich nicht wahnsinnig weit. Schätz' ich einfach mal. Oh, ich höre einen Batscher. Ich weiß nur nicht wo. Das ist ungünstig. Jetzt muss ein paar normale. Ja, ja, komm. Nein! Weg, weg, weg. Weg, 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 weg. Alle weg, alle weg. Komm, sterbt einfach. Alle. Zack. So. Hm. Ich hab' schon wieder hoffenweise Lebensenergie verloren. Das ist nicht so schön. Weißt du? Das ist kein Zombie. Ist gut. Brav. Fein. So. Hätte vielleicht doch mit dem Auto fahren sollen, so im Nachhinein. War das wahrscheinlich eine ziemlich dämliche Idee hier. Guten Tag. Nein. 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 Du auch nicht. So. Sehr gut. Oh. Es lebt ja noch eine. Die muss ich wohl den Kopf abpacken. Ja! Na? Das macht man nicht. Das solltest du wissen. Dafür trete ich dir auf den Kopf. So. Huch. Das ist aber nicht der Plan. Jetzt bin ich ja im Prinzip wieder da. Komm. Einmal fix hier rein. La 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 la. Und die Tür wieder zu. So. Alles doch. Kein Problem. So. Was haben wir denn hier jetzt? Wo er hier drin steht? Kann ich mir hier noch Stuff klauen. So. Vorher gleich. Level up. Yay. Okay. Was wollte ich? Irgendwas wollte ich tun. Wollte ich hier weiter? Oder wollte ich... Ne. Fire. Rage Gain. Komm. Zack. Mehr davon. So. Treasure Hunter. Okay. Ich bin ein Treasure Hunter. Und hier gibt es schon wieder eine neue Mod. Devastating Home Run. Geil. Das klingt cool. Da brauch ich bestimmt einen Baseball Schläger für. Mal gucken. Ähm. Da. Metal Baseball Schläger sogar. Na gut. Hab ich noch gar nicht... Noch nie gesehen sowas. Aber von mir aus so. Hallo Will. Eben. Eben. Du hast uns alle geschaut. Eben. Du hast dich nicht das erste Mal. Eben. Wenn du Schäger für die Schotgun brauchen. Geh mit Dr. West. Öh. Öh. Ich brauche... Shock Rifle Mod. Schon wieder. Und ich... Ja. Ich brauche Kram für meine Schotgun. Oder war das das jetzt gerade? Was er mir gegeben hat? Moment. Öh. Pistol Ammo. Shock Rifle Mod. Gut. Aha. Ja. Das könnte ich ja eigentlich auf meine... eine komische Waffe drauf basteln. Auf meine... Single Shot... Gerät. Hm. Kostet natürlich viel Geld. Ne. Ich lasse es erst mal. Ähm. Aber was meint der jetzt mit Shotgun Ammo? Wo... Wo gibt's denn die hier? Hm. Egal. Lass mal weiter. So. Einmal hier rein. Der hat doch irgendwas rausgefunden. Vielleicht ist er jetzt auch ein Zombie. Hier ist alles so dunkel drin. Türen sind alle zu... Aber Weg nicht so. Hier sieht überhaupt alles wieder. Guck mal. Hier ist überall Loot wieder. Auf der einen Seite awesome. Auf der anderen Seite... Ich will nicht hier alles neu... mitnehmen müssen. Ne. Komm. Das ist mir jetzt gerade zu anstrengend. Hier noch irgendwo... Vielleicht ein ganz kleines bisschen irgendwas sinnvolles. Aber es sieht nicht so aus. Okay. Dann nicht. Dann gehen wir jetzt wieder hier rein. Guten Tag. Ich habe dein Blut examiniert. Aha. Es ist ein bisschen ein Mysterium. Sie haben alle den gleichen Blut-Type, O-Negativ. Aber das könnte nur eine Überraschung sein. Und von irgendeinem Grund reagiert das Virus nicht an deine T-Cellen, wie es an uns macht. Es wird nicht mutiert. Es wird nicht duplikatiert. Es wird nur sterben. Wenn das an dem O-Negativ liegen würde, dann würde doch irgendwer hier noch immun sein außer mir, oder? Also, denke ich mal. Hm. Hm. Das ist, was ich weiß. Es scheint, wie eine strange Mutation einer degenerative neurologischen Krankheit zu dieser Region. Kuru. Was ist Kuru? Hm. Oh, ja. Lecker. Super. Ähm. Ähm. Ja, und jetzt... Das, ähm... Und jetzt soll ich die suchen, oder wie? Ja, und jetzt... Das, ähm... Und jetzt soll ich die suchen, oder wie? Und jetzt soll ich das? Aber sie werden es nicht ermöglichen. Du siehst, das Blut ist schrecklich zu ihnen. Ich versuchte es zu erklären, aber... Ich bin Angst, dass ich sie verletzt habe. Ja. Und... Inwieweit mache ich das jetzt besser als er? Moment. Schauen wir mal gerade. Find the natives camping near the lab. Wo ist denn das? Toll. Steht da nirgends. Ist ja schonmal... Positiv. So, jetzt vielleicht. Jetzt hat er ja gerade hier die ganzen... Quests eingebastelt. Nein, sieht schlecht aus. Ist das das? Nee, das wird das nicht... Hier ist das. Ah! Okay, das heißt, wenn ich jetzt hier erstmal wieder zurück... Und dann da hochfahre... Dann... Komme ich dahin. Das ist... Doch... Sehr schön.